hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom car mechanic simulator 2021 in der letzten folge haben wir den auftrag hier noch angenommen was war das nochmal für ein job bremsen sind schlecht müssen wir teile finden ja wir können jetzt auf den diagnose pfad wir haben ihn jetzt ja so testen wir den doch direkt mal aus das geht doch bestimmt hier irgendwo benutzen du möchtest mit dem diagnose pfad vorfahren und eine genaue prüfung dabei aber sicher wollen wir das so ach so ich muss jetzt vor das ist ein e auto ist ein e auto ja offenbar ja man sieht es auch an dem drehzahlmesser in anführungszeichen so da sind wir gleich wo es klemmt seite vorne rechts und hinten links haben wir ein problem so nun steigen wir mal aus so perfekt dann wissen wir jetzt wo wir suchen müssen da ist das in ordnung sehr gut na dann mal auf auf die hebebühne und hier müssten wir jetzt eigentlich alle teile gefunden haben ja wo ein teil fehlt noch ok das finden wir wahrscheinlich wenn man die bremskern hier hast du einen höher noch so felge runter können wir mal gucken ob wir die bremsscheiben reparieren können ne weil das geht ja jetzt auch alles so beläge weg bremsscheibe innen belüftet dann haben wir das späskern auf dieser seite noch jenken teil haben wir noch nicht gefunden ach das könnte das abs-aggregat sein ne genau da ok dann wissen wir jetzt auch welches wir da noch nicht gefunden haben so jetzt gucken wir mal was wir wieder verwerten können oder reparieren können zum einen haben wir hier ja unseren schicken bremsen prüfstand wir haben keine passenden ersatzteile ok müssen wir also ersetzen was haben wir hier den da wollen wir reparieren 56 dann müssen wir das geht noch besser wäre noch besser gegangen wenn ich getroffen hätte ok zweimal vergeigt kaufen wir halt neu ist ja zum glück nicht unser fahrzeug so wir brauchen bremsen innen belüftet einmal und ein bremssattel achso und beläge brauchen wir ne beläge waren zweimal sogar ne so montage brems beläge bremssattel da war der hier machen wir mal so machen wir mal so und drauf mit der felge perfekt so beläge bremssattel normal wird man den kolben auch mitmachen aber was halt der kunde so wünscht ne und das ist ja nur in game nicht realität so ähm müsste soweit bis auf der der da müsste das soweit jetzt in ordnung sein das müssen wir abbauen ich glaube wir setzen ein neues ein und vielleicht kann man das andere reparieren und dann können wir es halt noch verkaufen oder künftige fahrzeuge von uns einsetzen aber hier kunde zahlt ja deswegen deswegen so so müssten wir alles haben eigentlich bremssattel typ a okay okay müssen wir beide reparieren oder oder habe ich den an die falsche stelle gebaut hättet und drüben war dann nur die bremsscheibe äh nur der bremsbelag das kann natürlich sein machen wir aber mal so hier geschwind und oh das hätten wir auch noch reparieren können so jetzt dann aber reparatur ist ja nicht so aufwendig vor jetzt auf der anderen seite alles wieder auseinander schrauben haben wir halt einen repariert so jetzt sollte es dann aber passen guck nochmal bremssattel typ a ist das der bolzen da drin habe ich da den falschen erwischt ihr kennt das spielchen ja ne man hat auch zwei bolzen der eine kam von der einen seite der andere von der anderen seite und jetzt habe ich wahrscheinlich den von da drüben auf dieser seite hier eingebaut und dann akzeptiert das spiel das nicht so haben wir auch den noch repariert oder haben wir noch einen bremssattel irgendwo übersehen habe ich noch einen bremssattel übersehen wahrscheinlich ne ja ich habe einen bremssattel irgendwo übersehen da ist er doch ok da kann ich natürlich lange an dem einen rum reparieren das war jetzt dämlich ich dachte na gut ich muss gerade erst mal wieder ein bisschen reinkommen in das spiel ok mit zwei prozent ist glaube ich hopfen und malz verloren da reparieren wir nichts mehr den kaufen wir neu da haben wir definitiv den richtigen bolzen ja da ist vorne eine general überholte bremse der kunde weil wir nicht im stande waren oder weil ich nicht im stande war das ja richtig zu sehen so jetzt haben wir alles 319 ja 1100 irgendwas da kann man nicht meckern stellen es dem kunden noch raus dann kann er das bei gelegenheit mal abholen so stellplatz sehr gut und auftrag fertig perfekt ja wir brauchen einen neuen auftrag das war noch der challenge der kampagnen auftrag so das machen wir glaube ich erst mal nicht wagen zieht zur seite fahrwerk defekte teile aufhängen schalten fast unmöglich ich glaube den nehmen wir ja den nehmen wir gucken was das für eine rostlaube ist oh geht sogar hätte ich mir jetzt gerade schlimmer vorgestellt machen wir erst mal eine probefahrt würde ich sagen haben wir eigentlich schon müsste man eigentlich jemal machen immer vorher ähm weil es glaube ich auch punkte gibt ne teststrecke mit dem da der andere fährt noch nicht fahren gucken wir mal was da sich so findet oder was sich so findet da hier schleunigen wir so einmal fahrwerk test pumpel 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 und da gehen wir mal voll in die eisen so haben wir das auch mal gecheckt gucken wir mal muss man vielleicht auch ab und zu mal machen ne so federn oh das sieht aber alles nicht gut aus da 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 ok gucken wir mal was wir alles schon gefunden haben befestigungsplatte spurstangenkopf da fehlt noch ein teil teile der aufhängung das ist das getriebe auch getriebe kupplungsdruckplatte ok das sind die dinge die wir gefunden haben dann würde ich sagen machen wir trotzdem mal hier noch die diagnose einfach dass wir da auch punkte für kriegen zählen nicht mehr ganz viele bis level 14 dann ja sind wir da auch wieder ein schrittchen weiter teile davon haben wir jetzt schon mit mit dem ähm dingstest rausgefunden motor haben wir luftfilter luftfilter batterie können wir nicht abgas an ach so das sind drei da haben wir noch einen da haben wir noch einen da haben wir noch zwei da haben wir noch fünf also man hat schon einiges aufgedeckt durch unsere fahrstrecke so das war's ähm bewegen wir uns mal auf die hebebühne müssen wir eigentlich gucken dass wir die andere da bald mal frei kriegen aber da fehlen uns halt noch ein paar teile sowohl karosserie kann ich bei sowohl irgendwas reparieren was ich ne ich hatte ja alles ne ne wir haben keine passenden teile so was genau müssen wir machen erstmal hinten fahrwerk so da haben wir sehe ich schon da gibt's was zu tun bremse muss runter das ist übrigens hier so der unterschied zum profi modus dass ich hier die schrauben angezeigt bekommen nicht pro also im profi modus würde ich die nicht angezeigt bekommen und müsste auch von hier hinten her schrauben könnte also definitiv nicht von vorne her so und da können wir hier gerade mal noch die platte machen ups und da hinten der stoßdämpfer ist kaputt sehe ich ja und da haben wir auch einen bügel ok so bügel brauchen wir neu wie viel eigentlich so ein so eine platte war das jetzt ein bügel ich weiß gar nicht wie waren denn die bügel auf der anderen seite stoßdämpfer können wir direkt noch holen vorderachse hinterachse ein rohr war das glaube ich oder machen wir mal so ups das war die falsche taste ähm tablet brauche ich einkaufsliste so den können wir wieder löschen jetzt kann man einbauen war doch der 2 rohr gut dass ich geguckt habe so hier haben wir die befestigungsplatte das weiß ich gerade gar nicht wie gesagt wegen dem bügeln doch die waren noch ok das war nur auf der anderen seite der nicht ok war so so das nehmen wir direkt in die einkaufsliste das mal da auch garantiert den richtigen kriegen so steckachse also das was ich jetzt mache von dieser seite schrauben das wäre nicht gegangen im profi modus waren das die richtigen beläge das ist ja eigentlich so felge noch sollten wir den ersten teil schon mal erledigt haben so spurstangen kopf vorne fehlt noch ok davor feder vorderachse fehlt noch da haben wir ein teil noch nicht gefunden in der auffängung kann aber auch vorne sein deswegen werden wir uns jetzt mal zur vorderachse wenden und so hier ist irgendwo ein spurstangenkopf nicht in ordnung der sieht gut aus gucken wir mal die gummilagerbuchse an weil die sind auch immer so ein kandidat die sieht aber gut aus die auch die auch da ist der spurstangenkopf dann machen wir mal die seite lose so den müssen wir tauschen und irgendeinen stoßdämpfer haben wir noch den da ok machen wir den auch mal lose hier sieht der auf der anderen seite aus der sieht gut aus haben wir hier irgendwelche teile jetzt weiß man halt nicht ob da eine buchse drin ist also ich weiß dass eine buchse drin ist aber ich weiß nicht in welchem zustand die ist oder haben wir das defektet ich muss mal grad die feder hier auseinander nehmen oder das federbein auseinander nehmen sagen wir es mal so ah ich glaub dann haben wir auch schon das noch fehlende gefunden richtig feder vorderachse genau sehr gut da haben wir das domlager noch da ist noch was im getriebe ja da haben wir die alle fahrwerksteile gefunden sehr gut ähm tablet wir brauchen feder vorderachse stoßdämpfer muss ich gleich mal gucken feder vorderachse domlager lager für vorderachse und mcpersion war das äh will ich nicht ich will das aber zur einkaufsliste hinzufügen außerdem brauchen wir auch sehr gut einkaufsliste einmal teil kaufen teil kaufen so suche löschen jetzt können wir hier wieder machbar ist so weiter in der regel eigentlich auch beide seiten nicht nur eine wie hier jetzt gerade aber wie gesagt ist ein spiel da kann man sowas dann nochmal machen zur not so spurstangen kopf rad wieder drauf und dann können wir uns mal ans getriebe wagen gucken was da alles drin kaputt ist so einmal upsala gardanwelle abschrauben so und wie ich sehe ist die zeit um deswegen sage ich mal vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und seid auch das nächste mal mit dabei wenn wir ähm ja das getriebe dann hier noch voll und abbauen in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal ja 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 ja